ARD Text im Auftrag von Funk 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 digna was ist das auch über das nächste das war zweitwaffe dadurch keine muni weiter schreit doch nicht hier geht es um aber wo bin ich naja gut das ist das kann man dann bis sie umgeht toll so hollendet du Arschloch aber auch immer hauptsächlich ab vom hauptsächlich Ballistik Alter, Alter! Was bin ich für ein Noob heute, ne? Das ist unglaublich! Ja, heute! Heute? Heute? Das gibt's doch nicht! Nein! Das gibt's ja nicht! Ich habe null Punkte, also lass mich in Ruhe! Fuck! So! Nein! Sack! Ich hab nix zu verlieren, ich hab nix zu verlieren! Boah, ich hab kein... Oh! Fick dich! Du Schlaggesicht, du Hisslinges! Boah, ich hatte so viele Punkte einfach nur! Hey, wir müssen mal Ding... Wir müssen mal Dummy killen, ne? Du hast mich, gib Tomahawk! Alter! Boah, wieso bin ich so auf dem hohen Platz? Alter, bei so vielen Punkten, ey! Tch! Unglaublich! Scheiß Krackertag, ne? Hey, wir haben uns genug! Wer hat wen getommerhockt? Boah, hat mich getommerhockt, der Wixer! Alter! Leck mich! Hör mal, hallo! Hör mal, hallo! Das ist ewig! Fuck you! Das war mein Ziel gerade, aber ich wollte zu sehr zielen, ne? Und jetzt, seit... den Button gedrückt hab, triff ich keinen einzigen. Wixer Miner! Ach, Gott, nein! Ewig, Tomahawk! Fick dich da, Mann! Aaaaaaah! Ewig! Alter, leck mich doch! Hahaha! Alter, leck mich doch! Alter, nein! Wich war scheiße, ne? Loih, ich kann drei Pfeiler bekommen hab, herrlich! Alter, hat mich gerade einer in den Kopf gestanden! Haha! Hahaha! Nein, find mich Sebi! Nicht schon wieder! Hier! Es muss wer Sebi killen, nee, das geht ja nicht so! Oh... Ich hab voll Angst! Ja, häe! Hahaha! Huah, ey, liege! John Sul! Laul wie scheiße bin ich, ne? Haha, hier wird sie nicht. Wieviel Leute haben jetzt null, ne? Wie viele Leute haben jetzt null, ne? und ja gibt es ja ja das war das nice ne du hast nicht gestackt ich hab's ehemig getan wer hat ihn jetzt da 160 das ist unser kleiner Pablo da war auch bis dahin die Gnade Tomo Tüchter ich bin so viele Leute in der Barca es gibt immer als ich habe noch immer nur die Bixen in der Hälfte unklaufflich die Beispiele an die Runde ist Loll ich habe andere direkt getötet nur was wieviel ah kakatur ich hab mir den Kinn jetzt geklaut ahaha HM nein ich wollte so wer ist jetzt erst noch ich finde Lolli Lolli? Mhm. Ey, kann ich das messern? Ja, das messern funktioniert einfach mal gar nicht. Ey, f*** nicht, Silvi! Das ist so im Arsch. Alter! Das ist so geil einfach nur. Oh, Michi will gemessert werden. Okay. Wie ich einfach keinen mehr töte, ne? Boah, hast du ein Glück gehabt, dass da der Post war, ne? Ja! Ehre! Hey, yo! Dann gehen wir mal auf altbewährte Mittel zurück, ne? Das Ballistikmesser. Und der weicht wie dem letzten Sekündchen aus, ja. Rubex, go face! Nein! F*** die Silvi! Schon wieder! Wer ist denn da jetzt wieder Erster? Wie lange ich hier stehen, ne? Und noch trotzdem nicht treff, weil ich so noob bin und noobig. So work. Und noob, 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 nooo. Nur, 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 nur. Man kann nicht gleichsitig Sprit nur in seinen Score angucken. Moment, guck, das f***t der so ab. Ja, ich weiß, Tim, ne? He, hm. in der Zeit jetzt stimmt als ich besser mir die Punkte zum Sieg ja vor allem ich die ganze Zeit durch die durchgemessert habe AHH jetzt hab ich sie noch Loll Nummer Loll ich bin Boppe Schüler schluss im ersten Mal und bin erster bringt den Arm Jetzt! Tu mal irgendjemand diesen Kack-Lolli da! Ich hab Lolli gekillt. Normal. Leider. Wo ist Lolli, Mann? Wer ist der von mir? Wo ist der? Da ist er! Nein! Ich war erst da! Ehrlich? Nein! Da ist mein Tomahawk! Ich hab grad an ihm vorbeigeflogen, Mann! Ich kann alles auch noch, ey! Und dann klebe ich mit dem Tomahawk! Bekommen euch jetzt viele Punkte? Fuck, ne? Noch ne Runde, oder? Wieso hab ich keine Punkte bekommen? Ah, so awesome! Ja! Fuck, macht das Laune! Grad nochmal! Ja passt! Hast du das Bock berichtet? Wir sehen uns next! Eine zweite Folge gibt's auf jeden Fall noch! Und bis dorthin, spielt schon brav weiter! Das war's für heute!